Nicht die Gabe der Rede gegeben, das wissen Sie schon seit 25 Jahren. Aber er hat mir jetzt immer wieder mal angeklungen, ein großes Herz gegeben. Und in diesem großen Herzen, da sind Sie alle drin. Alle haben Platz. Schüßere Ebenen, für alles, hier, in unserer Familie und auch für unsere Firma, ein herzliches und gräufliches Verkennenskopf. Mir haben Sie jetzt drei Rosen in die Hand gegeben. Ich sage Ihnen, dass ich schön statt drei bleibe, solange ich lebe.